Mieten in den Sommer hinein platzt wie immer eine Diskussion, die sich schon seit einiger Zeit mit der Frage Miete, Mietendeckel vor allem in Berlin beschäftigt. Natürlich sind die Mieten in diesem Großraum ein gutes Stück zu hoch. Doch man wird doch nicht ernsthaft glauben, dass man mit einer Verfügung an einen Mietendeckel auf Dauer dieses Problem des Wohnungsmangels wirklich wird lösen können. Es wird am Ende des Tages immer darauf hinaus kommen, dass wir mehr Wohnraum zur Verfügung stellen müssen, auch tatsächlich mehr bauen müssen. Jede Diskussion über die Frage Enteignung, über die Frage Mietendeckel wird privates Kapital von der Investition in den Wohnungsmarkt fernhalten. Und das bedeutet am Ende des Tages, dass 75% des deutschen Wohnungsmarktes immer noch in privater Hand sind. Und wenn Privatmenschen wirklich sich in dieser Frage nicht mehr engagieren, der Staat wird dieses Problem alleine nicht lösen können. Deshalb Hände weg vom Mietmarkt.